ok zwei leben habe ich ja noch sollte vorerst erreichen nach oben nach oben und drehen und halange was zur hölle was zur hölle vier von okay ich glaube das kann noch eine weile dauern ok wir fliegen einfach unten durch dann hoch im steilflug wow dort läuft wow der war gut nee das war sogar geil kurz neue munitionen wieder nachladen muss wenn ich auf die mörser schieße ich pflege immer zu tief das ist schlecht ok dann geht es hier hoch und drehen und runter warum treffen die dies warum treffen diese dinger stelle das ist uncool ok der war schlecht hoch ok einer wäre gleich kaputt irgendwie ist das hier voll langweilig wow drehen juhu einer ist kaputt und der zweite auch gleich wuuh wo ist er das reizt ja fast zu probieren aber wenn ich verrecke dann kann ich ihn gleich nochmal von vorne an oh was ist das wie schmerzen diese habe ich das zu besprechen generiert einen energieschild über die macht sagt es so erst auf die mörder zählen ach so weit runter kann ich gar nicht ist hier drauf vielleicht noch hier drauf vielleicht ok und los war da gehen wir hoch der 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 ballern und ballern und abgang abgang und kommen hier wieder hoch ok kann man die dinge eigentlich auch kaputt machen nein kann man nicht und er ist jetzt kaputt und weg und dann gleich auf diese seite hoch komm sterbe irgendwie weiß ich gerade nicht was ich erzählen soll außer hier und da und töten und nicht töten und sterben und nein fehl und lag und ho der letzte geht jetzt auch sterben weg wow ahja jetzt kommt mit zehn vier von diesen dingen hier Ja, 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 Decepticons geordnet, wir sind cool, ihr seid böse. Nein, wir sind böse. Töte dieses Ding! Abgang! So. Diesmal geht's vielleicht sogar. Komm, den schaff ich, den schaff ich! Bam! Der da. Wow! Hört auf! Uncool! Ach ja, ich hab immer noch mein Schild. Wow! Nein! Uncool! Uncool! Sehr uncool! Ultra uncool! Was schießt denn hier auf mich? Der da! Der stirbt jetzt! Stirb! So. Gut. Ah, wie mich die aufregt. Abgang! Nein, auf der anderen Seite würde ich gern wieder hoch. Hallo? Oha, ein Lag. Oha, ein Lag. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich keine Lags mag? Ja, ich glaub, das hab ich schon erwähnt. Der ist jetzt kaputt, kaputt. Bam! Pferde! Pferde! Ausgezeichnet! Jetzt die Aerial-Bots anvisieren! Ich zeig Ihnen mal echte Fluggünste! Die kriegen mich nicht down! Komm! Der stirbt jetzt! Kommt noch eine Welle! Bam! So. Und Komplettdrehung. Und den da. Und wieder. Mein Schild ist immer noch aktiv. Das find ich ultra. Und hoch. Scheiß. Hör auf! So. Oh Gott. Wie viele von euch kommt noch? Ah. Da kommt definitiv zu viele. Aber sowas von... So. Bla 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 bla. Soll ich euch ein Liedchen singen? Nein. Äh. Also ihr. Ihr möchtet das vielleicht. Aber ich will das nicht. Bam! Was ist das für ein Raketensniper? Wow. Okay. Gehen wir hier rein. Oh nein 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 nein. Schlecht 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 schlecht. Was hab ich noch als Waffe? Ah, den Strahl. Wow. Da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Boah. Ich liebe es mich jederzeit verweilen zu können. Das macht das Spiel voll wie nah. Und was ist der Energiekern? Ist das das hier? Oder doch? Ne. Was für ein Energiekern denn? Wow. Wow. Da ist noch einer. Ups. Den hab ich übersehen. Da ist... Ah. Wie viele sind hier eigentlich? Okay. Und cool. Jetzt sind mir definitiv zu viele von denen. Nein. Nein. Nachladen. Schnell. Töten. Töten. So. Wären wir dann soweit. Gut. Moni. Wow. Immer von hinten. Das ist... Das ist doch voll für'n Arsch. So. Ein weiterer wäre dann Geschichte. Wow. Der hat einen Schild. Oh Gott. Das ist... Mach hin. Bäh. Okay. Greifen wir zu der... Zweitwaffe. Ist noch irgendwo einer? Ist noch einer? Da ist noch einer. Typ mit Schild sogar. Oh.